Genau, dass du da nicht um die Ecke guckst, da kommen sonst Splitter um die Kante. Nein, was machen die denn mit dem Ziel aus Osten? Guck mal, die Panzer! Die sind im Landtag gefahren. Hey, was ist da los? Das habe ich doch auch noch nie gesehen. Was ist das denn? Die kommen aus dem Westen so. Ja, ungefähr bei Mathellerie Marble, er hat geletzt worden müssen. Scheiße, die können den so zerschießen. Wieder einer, nicht im Haus, im Grün. Guck mal schon wieder. Ja, die werfen den um. Fakten im Haus. Geh das mal an. Ja, ich seh es. Ja, ich seh den, links. Hast du ne Shitshow? Ich hab einen von außerhalb des Hauses erschossen. Die haben ihn nicht mehr gewischt. Scheiße, kommen viele aus Südost. Geht der Panzer noch, der Panzer? Auf zum MMG. Achtung. Da ist Scotty unten. Ja. Weg. Auch mir, die Kaffee von uns sind. Äh, wir kosten jetzt. Mehrere, die sparen da oben auch. Danke. Guck mal. Guck mal, die rammeln sich eins immer noch. Hast du Rauch? Nein. Okay, ich versuch mal mit der Panzerbüchse was zu machen, aber... Der Panzerkommandant geht einfach auf den Panzer hin. Guckt sich das an. Nein, jetzt hat er es schon wieder gesagt. Haben wir bei uns den Antidenkrad dabei? Ja. Ja, der ist aber am Snipen. Ja, weil unsere Stumpen, die wird verfolgt von einem... Warte, ich hole dich gleich. Warte, ich hole dich gleich. Ja, kann nicht. Ey, jetzt haben die ihn wieder an die Wand geklemmt, ey. Das ist doch ein Scherz. Was passiert denn da, ey? Und alle gefeiert haben. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Weite da ran schmeiße. Ja, das ist echt so. Stummel versus Stummel. Wer hat den größeren Stummel? Äh. Doch, wie stört dich nicht? Ja, ich hab's verstanden, danke. Welche Mörser sind da? Die sind unter dem... ...spannend entlang. Das ist der Osten am Baum. Wir fliechen im Süden. Ich geb mal wieder auf, gar kein Problem. Der Rallye geht immer noch nicht. Das ist doch 10-15. Ich versuch den mal frei zu haben. Ich spiele jetzt nicht mal beim Rallye. Ja, ich... Äh. Ja, der ist frei. Den Panzerkommandaten haben wir erstmal der Motorhaube verteilt. Ach, der... Du kannst ja draufklicken und bleib da krank. Als könntest du da spawnen. Und dann spawnst du jetzt... Feind hier drin, Vorsicht. Jetzt wiederhol. Komm aus der Stadt, der ist Norden. Der ist auf der Treppe. 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 Schockt, mit Sicherheit nicht mehr. Danke. Jetzt ist er frei oder? Jaja. Nee. Der ist immer noch rot. Wieder rot. Näh, immer noch. Wieder. War eben kurz rückschleich, ob das Piepsen gehörte. Das ist ein Warnungspiepsen. Seid ihr Trupp 4 gerade? Der weiß ganz genau was er macht Der weiß ganz genau wo wir reinlaufen Welchen Radius, damit das ein Rout ist Der weiß ganz genau was er macht Jaja klar Rallymobber Diese scheiß Mörder hätten wir hört die Die sind auch krass Unsere Sniper Also ein Sniper von uns ist auch da Und die Sniper von uns Rally ist in Richtung Der Rally ist in Richtung Der Rally ist in Richtung Der Rally ist in Richtung Wird aber echt eng hier Die Stadt ist schon heiß Ja ist sie 30 Meter ist der Radius ich konnte Der 10 Der 10 Kannst du schauen was woanders Nee das ist ein Bug Da kannst du mal sagen was du willst Oder du bist irgendwo auf dem Dach Und hat die Map erfunden Wird schön Ja Tore Nee ich hab kein Bock mehr Ich hab kein Bock mehr Das ist auch ein Rally 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 Feindatlerie kommt wieder Vorsicht Der Ender Sniperiert hier rein Ja Ja Gott ich bin Postkripto Kommt jetzt die Meldung rein Bin wieder Postkripto Aber hast du grad echt nochmal neu gestartet Ja klar Na klar Nee Ich hab bei mir grad nen Panzer vor Augen Ich hab bei mir grad nen Panzer vor Augen Nein, folglich schon neutral Ist das das was ich denke Äh wir können langsam wieder zurück Der Feindpanzer kommt nicht durch Wegen des Stupfracks Ganz wisslich Das ist okay So was wollen wir hoffen hier Oh nein Scharfschütze Den Schuss hab ich von weitem blieben sehen Ähm Verteidigen die In's Auge Also wenn wir jetzt zu gut genug werden Können wir ja Von zweit seltene Warnung Ist noch ein dritter Platz hier? Ja beide Macht der Schatz Scheint so schön zu sein Das ist gut Das ist gut Aua Der Punkt ist doch fast wieder deutsch Jo Der Rallye funktioniert aber Es ist schwer Der Rallye funktioniert Super Und der Punkt ist fast wieder deutsch Wahnsinn, ey. Gegenüber von dem Grund. Kommt wieder die Straße runter. Das Gap ist nicht dran, Leute. Das ist einer E-Zogs, der soll sich besser bei Zogs unten nennen. Okay. So ist schon direkt vor uns. Oh, die Art, die hat mir grad ein Bein entgegengeschleudert. Ey, scheiße. Ich hab, äh, heute, denke ich, Zielmeldung gebraucht. Die Wände sind halt geknämmt, ja. Aber den Heiratsantrag hat er leider abgelehnt. Oh, naja, klar. Ich wäre eh nicht so drauf. Ich hätte hier auch mal reingekommen. So. Ja. Feindposition, ja? Na, hau's weg. Ja, das ist hier wohl nicht... Also... Doch. Ich bin mit dem Punkt. Ja. Fuck ja. Wir haben jetzt gelöst. Kannst abwärts zwingen. Vor allem will ich mal zwingen. Oh, wenn ich zwingen. Ist auch nicht zwingen. Ist auch nicht zwingen. Au, kann nicht zwingen. Wer nicht platziert. Scheiß Mercer. Mercer. Oh, jetzt weg ist er ja direkt schon wieder weg. Ich sag ja. Die ersten Schlagen. Raus. Ja, ja. Ich bin nicht alles, was... Egal, was das ist. Erschluss. Wie ist die... Ich bin der Führer. Ich stürme jetzt aus Ost. Ich bin aus Norden. Jau. Ja, Nord-Ost meine ich. Also quasi den Berg runter. Ey, ich hab mich selber gefunden. Es gibt einfach... Ich hab im Original einen Streifen an der Wand hinterlassen. Von der Art eben. Es ist halt genau wie ich gesagt habe. Die liegen hier einfach ineinander. Die stirbt sind. Was ist das denn? Die Mütze wurde abgeschreckt. Und das Headset ist noch an. Geil. Sieht so dumm aus. Ich muss ja auch noch... Bin wieder durch. Okay, du hättest gemacht. Einen hab ich gekriegt. Dann hat sich die Art die weggemacht. Oder ein Panzer. Da ist ein Panzer im Punkt. Feindpanzer ist ihm. Oh, Zweifel. Zutaten einen. Die sind im Graben. Rechts in die Nase. Danke, Mann. Alter. Die müssen schon bewegen, wenn sie wollen. Danke sehr. Direkt tot. Direkt tot. Direkt tot. Direkt tot. Ah, das war die Runde, war das richtig schlimm. Der hat nur dieses scheiß Haus gehustelt. Ja, ja. Ich kenn das. Aus, 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 aus. Aus, 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 aus. Aus dem Südosten wird es vom nächsten Punkt aus. Liefer bin ich Platz 2, das ist okay. Geballte geht raus, Vorsicht. Und Deckung. Na gut, gebaut das Teil. Scheiße. Ich hab jetzt ganz viele Gruppen aus. Ich hab alles gegeben, aber... Lassen Sie sie überlegt ab, oder ist, oder? Ja, kennst Sie nicht, die Unzerstörbarer. Ich war zum Klassiker im Griff. Ich werde den gleich wieder sagen. Ich wusste gar nicht, dass man hier den Turm behalten kann. Der Alkwanzer ist gerade hier kaputt gegangen. Hören wir, wenn wir das Gefühl in den Markt gespielt haben. Ja klar, wenn es geht, immer. Ah, ich bin dort. Dann setzen wir uns dahin, wo man eine MG2-Mösch aufbauen kann. Die exponierteste Positionen, wo man in jedem Fall abgeschossen wird. Das ist sicher. Das ist ja quasi schon ein Erfolgsrezept. Ja, klar. Ich kann auf der Straße. Ja, ich lass den durchziehen und dann schießen wir in die Seite. Spiel ist überhaupt nicht vermackt. Ich lass den hier oben oben. Ah, scheiße, ist Mathilda. Komm ich nicht durch. Wir haben am alten Punkt eine Mathilda, die gerade reinfährt. Die steht auf der Straße. Die ist schon weg, leider. Achso, Moment. Perfekt, dann geh ich mal ran. Ja, was, ey? Das ist mal ein Strauß Flamödien für dich. Komm rein. Oh fuck. Das war dann nicht drauf. Oh. Ja! Top, Top Gun. Wie sind wir davor? Boah, ich war gerade ein, dass wir auch bis wir nicht mehr sind. Mathilda ist nicht mehr. Juhu. Unerfreund. Letztes Haus in der Reihe. Ja. Oder Ricardus? Ja, ja. Ne, passt schon. Dann hält er seinen Knödel nach. Ich hab ja in dem Gebäude, wo die ganzen Vertriebewerke sind alle getötet. Ja. Ja, ich bin ne Fusilierer. Aber die haben ja kein Reddy. Ich bin 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 ja kein Reddy. Wo seid ihr denn im Gegens Club? Ich versuche mal zu dir vorzurücken, wenn es geht. Ähm. Ah, ich glaube es. Was hat der denn für Reflexe? Macht einfach ein 180er Reddy, ey. Spiel aber kaum. Das ist zwar kaum beruflich, der Mann. Wahnsinn. Hm. Brauchst du Money? Warte, ich blut es dir mal kurz. Ne, alles gut. Alles gut. Ich halte dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Die Zerp ist doch schon voll. Ich du mir mal. 14 Uhr. Ich hab festgehalten Rad geschlagen. Das hab ich auch noch nie gesehen. Oh ja. Halt den Kopfhosen. Ne, das ist die Pucke von drüben. Ja, so. Vorsicht, die uns drüben steht ne Pact am anderen Ufer. Weißt du was? Da kenn ich nix. Wir sehen uns gleich. Sehr schön. Ja, was war denn jetzt? Mhm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wenn man beim Rally rausgeht und versucht nötig zum Punkt zugeleid, wird man geschossen. Gott, pass auf. Wenn da oben ein Stock weg bist, was ist da faul? Der erste ging daneben. Jetzt siehst du mich nicht mehr im Arschloch? Jetzt haben wir nämlich den Salat, wa? Ja. Ja. Gott ey. Ja. 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 Gegner ist genau auf meinem Punkt in dem Raum. Oder in dem Gebäude. Ja, definitiv. Wird ja already noch gecampt. Schön gemacht. Ich knack den. Ja. Ja. Und halt. Schön, schön. Ich hoffe das reicht. Jo, Pax ist zerstört. Ich hab unser Panzer zu zerstörter. Wurdest du den Panzer melden, dass der bitte nicht auf uns schießt? Ja. Der lebt doch gefährlicher. Der hat sich erledigt. Hat er jetzt gerade gelesen links im Bildschirm stand jetzt gerade Teamkill. Tragigen, Tragigen. Ich halte dich. Ja. Oh Scheiße.